Es gibt Tage, an denen scheint alles schief zu gehen. Und jetzt streikt auch noch die Toilettenspülung. Jetzt fix die Servicetechniker von Enicom anrufen. Hochwertiger Werkskundendienst ist das Kerngeschäft der Enicom Service GmbH. Das heißt, wir fahren für Premiumhersteller in der Sanitärtechnik Kundendiensteinsätze vor Ort beim Endkunden und wickeln ca. 42.000 Serviceeinsätze jährlich ab. Die Hauptanforderung, die durch unser Geschäftskonzept entsteht, ist eine schnelle und zuverlässige Verbindung zwischen dem Innen- und dem Außendienst. Der Auftrag ist eingegangen. Einzelne Jobs sind im Tourenplanungstool abrufbar und können nach Postleitzahl gefiltert werden. Per Drag & Drop lassen sich ausgewählte Aufträge bequem der Planung einzelner Techniker zuweisen und mit dem Kunden abstimmen. Vor der Einführung der Cross-Systems-Lösung hatten wir keine durchgängig funktionierende Auftragsbearbeitung. Bei Enicom war ein individuelles System im Einsatz, das geprägt war durch sehr aufwendige Prozesse, sehr viel manuelle Arbeit durch den User und leider war das Ganze auch teilweise instabil. Wir hatten das Problem, dass wir keine Offline-Verfügbarkeit hatten. Es waren immer wieder Datenverluste da. Core Systems hilft, Touren und Termine schnell und präzise zu planen. Die alte Lösung war insofern nicht optimal, weil wir immer auf Telefonnetz angewiesen waren. Das heißt, in Kellerräumen oder in ländlichen Gegenden, wo schlechter Empfang war, konnten wir diese eben nicht nutzen. Nach der Implementierung der Core Systems-Lösung hatten wir genau das, was wir gesucht hatten. Die administrativen Aufgaben im Außendienst konnten wir um ca. 90% senken. Im Innendienst haben wir in der Tourenplanung ebenfalls deutlich Zeit eingespart. Wir sind ca. 50% schneller, können dadurch schneller auf Änderungen in der Tourenplanung reagieren und können damit deutlich effizienter arbeiten. Mithilfe des digitalen Field Service Managements lässt sich beispielsweise automatisch eine SMS an den Kunden senden, wenn der Techniker auf dem Weg ist. Der Termin wird verlegt? Kein Problem. Denn auch Aktualisierungen sind bequem und verlässlich möglich. Also eine der größten Vorteile unserer Field Service Management Lösung ist, dass gerade auf dem iPad, also in der Benutzung vor Ort beim Kunden, Bilder aufgenommen werden können. Die können vor Ort bearbeitet werden. Man kann kleine Markierungen machen, wo der Fehler ist, das spart massiv Zeit. Außerdem lassen sich Checklisten für die Technikereinsätze zusammenstellen, die auf einen Blick zeigen, welcher Prozess oder Arbeitsschritt ansteht. Checklisten sind wirklich individuell auf die Bedürfnisse des jeweiligen Produktes abgestimmt. Also der Techniker wird einfach geführt in der Arbeit. Und die ganze Kommunikation und die Rückmeldung auch von dem, was von draußen kommt, ist integriert im System und es wird alles grafisch dargestellt. Also durch die Einführung von Core Systems haben wir den großen Vorteil, dass wir, wenn wir vom Kunden gehen, sind wir quasi fertig und müssen nicht mehr zu Hause am Büro irgendwelche Dokumenten oder Formulare ausfüllen oder eben Bilder im Nachhinein übertragen. Bei Inicom eines der großen Potenziale ist sicher Crowd Service. Das heißt, es gibt Aufgaben, die man, ich sage jetzt mal nicht x-beliebige, aber an andere Unternehmen weitergeben kann, wo man eben den Crowd-Gedanken aufnehmen kann und dann um sehr schnell Realtime-Service auch zu bieten. Es gibt bei uns Produkte in unserem Portfolio, die man mit relativ wenig Know-how bearbeiten kann. Wir glauben, dass der Crowd-Service-Einsatz in dem Bereich interessant für uns ist und werden uns dazu in naher Zukunft Gedanken machen.